Auch wenn es dir manchmal schwerfällt, zeige dich mit deiner Arbeit. Denn deine Botschaft ist wichtig für die Welt. Und es ist auch wichtig, dass du sie rausbringst. Es ist völlig normal, wenn du am Anfang noch unsicher bist oder wenn deine Sachen noch nicht so gut sind am Anfang. Das ist völlig normal. Wir alle fangen so an. Niemand von uns ist perfekt gestartet. Ich am wenigsten. Und auch niemand anders, den du jetzt vielleicht siehst, der Videos macht oder Texte schreibt oder Podcasts oder so. Wir alle haben irgendwo angefangen. Und am Anfang ist es auch normal, dass du vielleicht so unsicher bist, dass du dich gar nicht zeigen willst. Doch wichtig ist, dass du es tust. Denn zum einen ist deine Botschaft wichtig für die Welt. Es ist wichtig, dass du mit deinem Beitrag, den du mitbekommen hast, dass du den auch rausbringst in die Welt. Und du kannst auch nur besser werden in deinen Sachen, indem du sie tust. Das heißt, du brauchst mehr Iterationen, mehr Wiederholungen. Mit jedem Video, was du machst, mit jedem Audio, was du machst, mit jedem Text, den du schreibst, wirst du besser. Denn du bekommst immer, du bekommst Feedback, du bekommst mehr Sicherheit. Das heißt, mit der Zeit wird es auch einfacher werden. Doch dafür dürfen wir durch dieses Tal hindurch, wo es dann am Anfang vielleicht doch noch ein bisschen schwierig ist. Und vielleicht dürfen wir uns auch fragen, wie wichtig ist mir denn, meine Botschaft rauszubringen. Ist mir das wichtiger als vielleicht meine Angst? Ist mir das wichtiger als schüchtern zu sein? Ist mir das wichtiger als vielleicht, was Internet-Troll7321 zu mir sagt, den ich noch nie gesehen habe und der irgendeinen Blödsinn da im Internet schreibt? Ist mir das wichtiger? Und ist mir das auch wichtiger als das, was mir vielleicht mal so die Stimme im Kopf manchmal erzählt? Die sagt, ja, du kannst es nicht, bist nicht gut genug, was sie immer so alles erzählt den ganzen Tag? Ist mir meine Botschaft wichtiger? Und wenn sie mir wichtiger ist, dann gehe ich raus damit, auch wenn ich Angst habe, auch wenn ich mich nicht traue, auch wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch gar nicht so weit und schon gut genug, vielleicht dreimal nicht. Dann tun wir es einfach trotzdem. Ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, uns von unseren Ängsten nicht ausbremsen zu lassen. Denn ich glaube, ein ganz großer Unterschied zwischen Menschen, die erfolgreich sind und Menschen, die es nicht so sind, ist, wie sie mit Angst umgehen. Ob sie sich von der Angst ausbremsen lassen oder ob sie handeln, obwohl sie Angst haben. Denn das ist ja wirklich ja Mut. Mut heißt ja nicht, keine Angst haben. Wenn ich keine Angst habe, brauche ich nicht mutig sein. Mut ist, wenn ich handele, obwohl ich Angst habe. Und deswegen sei mutig. Zeig dich. In deiner ganz eigenen Einzigartigkeit, in deiner Wunderbarkeit. Denn die Welt braucht genau dich und deine Botschaft, so wie du sie rausbringst. Weil niemand anders kann deine Botschaft so rausbringen wie du. Und deswegen ist es wichtig, dass du dich zeigst, dass du dich traust, dass du wirklich dafür gehst. Denn du hast etwas Wundervolles mitbekommen. Teile das mit der Welt. Zeige es der Welt. Und mach das nicht morgen oder nächste Woche oder nächsten Monat oder im Jahre Sankt Nimmerlein, sondern mach das jetzt. Teile das mit der Welt. T%. Vielen Dank.